Das Pucki LS Pro 26 8 ist, wie der Name schon sagt, ein 26er Kinderrad. Ja, 26 Zoll Bereifung mit 8 Gängen. Ihr habt eine 8-Gang-Kettenschaltung. Das sind erstmal so die Basics. Es ist halt ein leichter Aluminium-Warm und das ist halt eigentlich so wirklich das Highlight bei diesem Pucki. Es ist halt wirklich ein super leichtes Kinderrad, trotz der 26 Zoll Größe schon. Und es rollt halt dementsprechend schön und schnell, auch durch die schmale Bereifung. Ihr habt hier eine wirkliche schmale, schnell laufende Bereifung mit ein bisschen Profil, so dass man halt auch mal im Park oder wo man auch immer unterwegs ist, ein bisschen Grip hat. Coole Sache, aber wie gesagt, das eigentliche Highlight ist das Gewicht. Es ist mit 9,8 Kilo wirklich unter 10 Kilo und das ist bei einem 26er Kinderrad wirklich schon ein echter Vorteil. Habt natürlich auch V-Break vorne hinten, so dass die Kids dann halt auch wirklich sicher zum Stehen kommen. Und das mit dem Drehgriffschalter angesteuerte Schaltwerk ist dann halt auch eine kindgerechte Sache. Reduziert aufs Wesentliche und damit dann eben auch wirklich leicht und schnell, so wie die Kids das brauchen, das Pucki LS Pro 26 8. Ganz weit vorne mit dabei bei den leichten Kinderrädern. Also wenn ihr für eure Kids ein 26er sucht, was auch wirklich leicht und schnell ist, dann kann ich euch das Pucki LS Pro 26 8 nur ans Herz legen.